dann machen wir ja gar nicht so weit ein bisschen schon okay ich weiß da oben noch irgendwas aber aber okay die g18 war da war da war da war vergessen haben wir da nicht noch immer pannter damit wir noch mal zurück und panzerung liegen da waren wir ja gar nicht von weit geworden voll weit gewesen na gut es kommt einmal zuvor man so lange brauchen das ist ja auch so beim zweiten mal dann da und da ist die panzer natürlich da sieht es natürlich gut aus da muss ich so gehen ach da hält er sich da fest er ist halt doof eine dummheit und du kannst den scheiß nochmal machen blick hat er bei allem ist glück dass wir da immer von diesen aber die wäsche ein bisschen ich wollte ernsthaft ich ich gehe extra dinge holen na wow danke die kugelsichere westerbüro er gehört das war es ist ja cool der westerbüro bescheuert aber ich dachte sonst wollen sie noch mal ja dann kommen wo sie wollen vielen dank erwähnt sich schon wie die basis das war die schlimmste mission die ist halt nur echt doof weil du halt wie du hier sammelkram hast ne das ist ja ein bisschen schon von Art dammelkram das ist halt auch easy ne sonst ja ist gut menschen keine ja ja ok ich glaube ich nicht getroffen ah war ich schon mal die wand da ah die wand war dazwischen hol das genau ich würde einfach zurück zack okay wenn wir schon mal waren jetzt ist mir wichtig wir werden einfach durch drücken nix das hätten wir auch eben nur tun müssen aber durchlaufen möchte den glauben nein 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 das ist doch nicht da ja klar hier sind überall fahrkommen übertreibt gut übertreibt einfach viel läuft der tut mir einfach ja genau natürlich ja natürlich ja verpiss dich was die mission er hat sich doch gerettet ja natürlich also der video überhaupt der wissenschaftler so krass ist aber gut mal ein kontrollpunkt wir haben mal nicht schlecht man kann irgendwo mal ein hätte man macht es ja wirklich nur wenn die ziele vorbei sind dann würde ich mir nicht was erreichen der mission kontrollpunkt hallo menschen wichser der stirbt nicht irgendwo wieder hin wie guckst du ja da irgendwo ich drücke drauf er guckt irgendwo hin aber auch nicht da wollen warum auch warum soll es ja jetzt hinter weg warum soll es doch da gucken wo ich möchte nein jetzt nimm noch die scheiße nein ja sechs jahre spiel als mit knarre auslusten kannst ja das ist die kirche der wissenschaftler es ist nicht dein ernst oder es ist da wo ist er hinter mir dazu mit einem blöden spawnpunkt es ist echt nervig so nein die waffe war sie wechsel doch nicht die knarre sieben ok von 9 von moment 1000 ja hallo nachher ist das ja auch menschen jetzt kommen da die der sechs milliarden gegner anstatt das ja klar wer kam der jetzt hier sind überall farkum und roger ja es ist übertrieben manchmal nein dann müssten auch unbedingt so viele machen also wenn du schaffst du nicht mal ein ziel bis bis dahin ist mal ein ja ja komm das geben das geben das war einfach der ist jetzt tot oder ja ich meine ein sie jetzt nicht mal gerade am hey dann machen wir da jetzt den nächsten infizierten hinein du schaffst das ungefähr bis ein infizierten ich glaube bis ein schaffst du bist ein schafft man und dann nein da macht man ein wissenschaftler weiter also doch dutzende ja ich krieg den so nicht ja klar ist ein dubter sehen wir auch hier sind überall farkum und wir haben ja gut tolle mission ich habe dir doch geholfen du heulsuse ich habe dir geholfen na gut möglich ist es nicht allzu weit aber dann ist es so anschluss so nervig ja dann wieder weg und danke bleibt bleibt erst mal das ziel weg ich meine noch acht hätten das nicht auch irgendwie vier hätten nicht da auch hier gereicht theoretisch bei wen sind dann er übertreibung geil weil zwischendurch meine liegt ja gar kein allen zu denen es gut okay dann noch mal das kann man wo geht eigentlich hier lang alles gucken ist überhaupt irgendwo lang oder ist das nur der kiste nicht schlecht junge lasst das ach gott ja das problem ist klettern und das andere aber in einen tasten ok hier geht es aber nicht weiter ja gut muni ist auch wichtig leute das ist jetzt nicht dein ernst übertreib einfacher dass ich wieder liegen oder was das ist der muni ist das jetzt kommt dann stürzt da mal ja so mann wir daran verrägte bitte die mission nicht hin das problem ist aber auch gerade eine szene singt dich auch dazu 6.000 mal zu machen es ist ja nicht viel es ist ja nur hoch und nur aber diese eine mit diesem zivilisten mit dem wissenschaftler ja es ist aber so wer kann auf jeder spiel zu spielen was halten will der spüren neu entdeckt in den stimmte der neuen der körper wo er kann was dach zu spüren das durch abgewahl war alles durch bin scheißdorf guter schuss noch nicht guter schuss wieso bleibst du denn nicht stehen bleibt doch steckt scheiße du kannst auch nicht rennen also kann doch nicht wenn du nicht gleich trifft wir gehen deine scheiße ecke Wieso? Wieder jetzt hinter mir einer? Kein mehr, letzten Moment. Wieso ist jetzt der hinter mir einer? Ach, Leute. Ich will ja nur die Mission schaffen. Oh, die sind ja auch nochmal. Ah, ja, schon wieder normal. Scheiße. Ja, gut. Ey, das ist ja, also die Mission ist halt echt Hammer, ne? Ich hatte jetzt auch gedacht, hey, haben wir es jetzt ja auch geschafft mit den Dingern, geil. Ich meine, dass es jetzt so weitergeht. Das muss man ja auch einmal sagen. Naja, das ist ja auch egal. Nein, nicht wieder weg, nicht wieder wegrennen. Dann verschießt er automatisch? Siehst dich auch nochmal auf den Kopf, das wäre geil. Oh, das Problem ist einfach, diese eine Szene, ne? Wenn du, ja, wenn du, ja, gut, ja, geil, ein Gold. Äh, wenn du, ich hab keine Waffe. Ja. Ja, ja, egal. Na, Gott sei Dank nicht, da müssen wir bitte mir noch anstrengen. Ist leichter. So, ähm, na, dann ist das Problem, wenn wir einmal, wir mal, 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 wir mal. Wir mal, wir mal, wir mal, wir mal, wir mal, wir mal, wir mal. Wir mal, 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 wir mal war oder während kontrol moment war denn eher hier nie oder warte mal und die sagt nicht der werden kontrol poligant hat gewählt ja ich die mitgenommen ja toll gibt sogar ein ich aber nie aktiviert habe weil ich dann lang gesprungen ich kann es machen dann genau das eingetreten nein nein ich hab den doch erschrocken also auf nein doch ich schießt doch okay okay so bin ich jetzt hier lang okay so bin ich jetzt hier ganz egal wenn das gott zählt okay weil jetzt haben wir noch ein der eine ist dahinten und hätten wir ja leute war okay ja ja der läuft auf video und wichser ganz ehrlich ich kamen die scheiße wissenschaftler wenn die die den jahre ergeben können also jetzt halt das maul geschafft wir haben gott verdanken wir haben oh gott ok jetzt können wir dahin und dann kann man den kontrol punkt ja das ist bei diesen sammeln mission immer doof aber jetzt und jetzt haben wir auch noch ein ok und dann haben wir noch sechs von denen ok haben wir sogar als eine mission geschafft ich weiß jetzt da oben ist aber okay ich glaube ich weiß wie sie den virus verbreiten sie spritzen den testpersonen hier neue varianten und benutzen dann fegens ausstellung als tarnung für den transport möglicherweise verschicken sie diese überträger in die ganze welt ich lasse schon ein team nach fegens lager und versandzentrum suchen geschätzte ankunftszeit bei römerzellen ich tue was ich gut ja jetzt haben wir ihn ah der kugelte ja klar natürlich aber ich glaube die müssen sie guter genau wie bei uns er ist die immer kaputt geht gott sei dank wir haben ein checkpoint vor einer geburt war das ja naja obwohl war eigentlich da haben wir ja zu sagen ja danke aber ein mitgeben ich dachte ja bitte übertreib ich meine wir jetzt noch mal das suchen wollen wir haben jetzt ja einmal gemacht und das relativ ausführlich ja der kommt nicht runter ja wenn wir reingehen würde ist das sogar perfekt danke ich habe jetzt zwei mal sagen ist ja zwei mal das gleiche mehr oder weniger nur dafür jetzt jetzt haben wir ihn ähm ne ist zwei mal ungefähr ein bisschen das gleiche von der mission her ich habe jetzt echt gewünscht wenn man jetzt mal ein bisschen was hätte was anderes gemacht hat hallo ich schieß doch das ist doch auf dem kopf ach komm weil er nicht kopfschutz steht ja bitte wie pingelig ist das hier jetzt gerade natürlich steht hier täglich kopfschutz nein wo kommst du denn da wo kommst du denn da wo kommst du denn da Arschloch Arschloch natürlich auch ein bisschen schl sehr gut wieder ist jetzt hier meine ach der lecker hey der hat ja keine Panzerung der lecker ernsthaft jetzt ah wow ja zurückrennen lohnt sich nicht weil dann kommen die tausend Gegner ich würde ja gerne zurückrennen aber ist ja auch wieder so ne dann kommen die tausend Gegner als ob dann so tausend Gegner kommen wenn man kurz zurückrennt aber ja dann kommen tausend Gegner genau ja und die kommen nicht ran soll das ja die auch so verbauten teils ist man ja nicht mal ankommt überhaupt nicht fair und fair oder so nein gucken wie lange ich habe dann bin gespannt wie lange her für eine mission so gebraucht hat im schnitt ja wenn ich mir nachher ein bisschen im schnitt ja ja wird sein kann man die auch am leben lassen aber ich weiß ja krass ist ja ja komm ja ja komm können die nicht ist gut und wo kommst du nicht dein ernst klar er bringt mich umkommen bringen wir jetzt bringen mich schon um alter ja ja natürlich wie kommen die denn darüber das ist doch absolut unloge ja natürlich vor irgendwie weiß kein mensch wie sie schaffen ja das ist doof weil ich ganz gern die mensch diese mission dieser punkt um jetzt weiter zu kommen ich schieße doch das ist alles kein kopf ja leute das ist das problem ist aber auch wenn man das jetzt ging ja seit wann ja jetzt bist du aber der treff ja natürlich bist du trefft sicher ja mich hat was 600 jahr geht aber auch nicht gottes will schiff doch sterb doch ich schieße auf die jahre ja super jetzt bist du mal gestorben jetzt 100 jahren schutz verbraucht waffe ist leer aber jetzt geht's doch jetzt sterbe ich dafür komplett leer dann kann ich auch sterben doch mal ernst werden wir werden die mission noch sind die hat alle so schwer oder wie die werden wir schon schwerer bei dieser recht glaube ich ja genau dass da wenigstens nein dann bauen sie aber auch noch diese 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 mission er diese diese school der westen so dass man nicht mal ankommt das ist ja nur die größte frechheit wenn er wenigstens da rankommen kann ein bisschen entgegen kommen überhaupt nicht gerade und dann kommen die ja von hinten und soja kommen also die machen ja gerade alles also das ist ja auch nicht wirklich gut schaffen kannst ja ja ist gut ist gut jung eben getroffen wird es geht aber nein ja ich hätte die kurze der weste gehabt auch lolle ja nicht gehabt also ist ein anderer kommt ja danke schießt mir von die fresse sich gar nicht du kommst du mal gar nicht mehr zum ziel wo kommst du denn her wo kommst du denn her ach das war der dahinten war oder war ja bitte übertreib einfach ein bisschen dass man das ein bisschen fair gestalten kann ist das vielleicht mal möglich ein bisschen ganz heiß ein bisschen fair also wenn nicht in die fresse geschossen wird oder sonst eine scheiße weil sie auch woher kam es war der wau danke spiel macht jetzt die sechsten jahren mal hier geht aber nicht weiter das ist so das ist so hart ich werde ist ein problem ja da bist du bist weihnachten und nein werde keine er hätte keine dinge da ist schutzwächer wird ihrer weste er ist so übertrieben gerade er ist ja so übertrieben und wenn man echt das gefühl ich machen das spiel wird nur so dass man da kaum noch durchkommt also hier das ist halt also dass jetzt nicht sagen hey was ist jetzt geschafft und dann kannst du auch mal da rüber die hause dg kommt der von hinten und du kommst ja gar nicht richtig rüber ich hab's ja schon kurz geschafft aber es ist so glücklich also es ist halt echt eklig gerade jetzt kommt die mauer nicht raus die wieder rein nicht raus den anderen den anderen denkt doch mal ein bisschen wenn man trifft da auch nicht arschloch deswegen konnte so ja also gut er ist ja nett aber nett freundlich freundlich die freundlich sein ja 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 nein geht auch in deckung oh mein gott jetzt kreist der da und da ist gut kommen wir nicht nach kommen nicht nach bitte bitte nicht das einmal schaffen dann muss dann darüber ne und dann muss ich wissen dass man auch killen dann kann ich vielleicht sagen ich hab die szene geschafft die szene weil dann auch noch kein checkpoint den hatten wir ja schon da ist auch noch ein gegner theoretisch könnte der auch noch kommen also so eine schöne szene gerade ich hab doch stirb doch du stück scheiße oh gott sei dank hat er nix hätte jetzt als gehabt ne ich glaube ja ich hab's geschafft sehr gut ok das hätten wir ok muss ich dann denken nix drücken und einfach rüber rein erstmal dann ja warte ne dann können wir dann kommen ich muss irgendwie gucken wie ich den wissenslaut wegkriege okay was die mission ey warte mal uaaaaa uaaaa das ist ein herzenpakt oh Leute kriegs echt n echt ein irre das ist nicht so irre das game pff ok ich kann mich jetzt rein und wir müssen uns mit einer eger doch egal wir haben zeit er rennt ebenfalls drum dann trifft mich nicht weil auch nicht in twister kommt noch wieso